Ich heiße Bianca. Hallo! Oh, Mama, da ist ein Geräusch! Mama, da ist ein Geräusch! Hallo, was für ein Geräusch? Kommt's vom Auto? Dort! Von vorne ist alles in Ordnung. Die Räder sitzen auch fest. Fahr fort! Alles ist perfekt! Hörst du? Schon wieder dieses Geräusch! Wo kommt es her? Aus dem Auto! Genau! Schneller! Was ist passiert? Mein Auto funktioniert nicht! Ich schau nach! Hier ist alles in Ordnung! Ich hab's! Das Auto hat kein Benzin mehr! Wenn es kein Benzin mehr hat, müssen wir es bis zur Tankestelle schubsen! Hilfst du mir, Bianca? Ja! Setzt euch und ich schubse euch! Okay! Oh, wie schwer! Wie weit ist die Tankestelle? Die Tankestelle ist weit! Da hinten! Ich seh sie! Wer braucht eine Tankestelle? Willkommen! Huch! Da wären wir! Aus der Zapfpistole kommt Benzin! Das ist der Benzinbehälter! Drück auf den Knopf, Bianca! Auf den hier! Einmal volltanken! Kann ich fahren? Wirf den Motor an! Hier stimmt was nicht! Komm raus! Das Auto müssen wir umdrehen! Huch! Jetzt brauche ich Werkzeug! Ich helfe dir! Ich klopfe mit dem Hammer! Ich weiß, was das Problem ist! Bianca, gib mir die Zange! Bitte sehr! Hier steckt eine Schraube fest! Wir müssen sie rausholen! Schraube! Das Auto ist bereit! Hurra! Danke! Tschüss! Tschüss! Wie komme ich zu meinem Capriolet? Ich fahre dich mit meinem Geländewagen! Und wo ist dein Geländewagen? Ist er im Schloss? Nein, er ist in der Garage! Ah! Hörst du? Was für ein großer Geländewagen! Da ist mein Capriolet! Hurra! Wir haben es gefunden! Tür öffnen! Blumen! Läden fahren! Läden fahren! Klasse! Und jetzt Tür schließen? Lass uns ein Wettrennen machen! Das Capriolet gegen den Geländewagen! Ist gut? Auf die Plätze! Fertig! Los! Tschüss! 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 Das war ein tolles Wettrennen! Ich muss in der Autowerkstatt aufräumen! Wir sehen uns noch! Tschüss! Die vier Tage im Innere Zeitung! Das war die Tag! Oder wenn wir uns nicht mehr auf den Tag!